und treibt es hier um ja moin leute was geht ab euer oma wieder back und business und zwar heute mit einem neuen video heute spielen wir mit wie heißt du mit jane und ja wir wollten eigentlich ein 1 1 gegen 1 aber man hat sich festgestellt er hat die insel von der welt verlassen und deswegen habe ich jetzt auch meine kreativzentrum auch gerade verlassen aber er kommt glaube schon krank gleich noch ein und ja lasst ein leichter abonniert kanal ihr wisst bescheid für mehrere videos ja schaut einfach ja wie heißt der kanal rede mal lauter damit damit die es hören der mädchen was das ist verankt ist eigentlich also so angehört wie ein junge dann habe ich verstanden gesagt es gehen machen dann habe ich so dachte ich mir so bist ein mädchen lol gehst du morgen ich bin gar nicht lobby kannst du mir nicht beitreten nein ich kann nicht mehr einladen okay ich komm ich joiner man wird die nachricht entweder über insta ne über youtube also ich weiß nicht wie das geht also ihr habt gehört wie sie heißt abonniert auch ihr kanal ihr wisst das heißt ein kanal ihr wisst ja oma diallo soll ich buchstabieren großes o ja m kleines m und da wird ich glaube dass man das mal das mal wieder von gestern Kannst du abonnieren? Ich abonniere auch deinen Kanal. Ich hab auch. Hast du? Ja. Leute schaut alle, wenn ihr vorbei und abonniert auf Ehre. Und ja Leute, wenn ihr mich seht, abonniert auf Ehre. Heute glaube ich werde ich einfach das Video grad kein 1 gegen 1. Ich werde es heute noch machen, aber jetzt nicht jetzt, weil ja Speicher. Aber lasst trotzdem ein Like da bei ihr. Abonniert und ihr wisst Bescheid. Peace.